Jedes Manual verfügt über einen eigenen Tremolanten. Diese Tremolanten können wir hier an dieser Anlage in Geschwindigkeit und im Impuls auswählen und verschieden einstellen. Es gibt sechs verschiedene Speicherplätze, die sich über den Touch anwählen lassen. Hier stelle ich die Geschwindigkeit ein. Mit dem zweiten Schieber die Intensität. Die Intensität. Sie hören, dass es sinnvoll ist, für jedes Register einen eigenen Tremolanten einzustellen, weil die Register unterschiedlich reagieren. Aufgerufen werden die einzelnen Positionen am Drehregler. Die Intensität. Vielen Dank. Vielen Dank.